Ich zeige euch jetzt den Tipp, wie man eben so ein Leintuch schön zusammenlegt und dann Kasten reinbringt. Als erstes suche ich mir eine große Fläche, wo es schön hinlegen kann. Dann lege ich es her, suche mir die Ecken und fahre einmal mit beiden Händen rein. Dann als nächstes suche ich mir die unteren Ecken, die drehe ich nach innen und stecke sie in die zweite Ecke oben rein. Das gleiche mache ich auf der zweiten Seite, in die obere Ecke rein und dann schüttel ich einmal das ganze Leintuch schön runter und lege es wieder auf meine Fläche her. Ich richte mir dann den Gummi noch und schlage es schön ein. Und jetzt habe ich eigentlich schon ein schönes Rechteck, dann muss ich es nur noch umklappen, umklappen, spanne es ein bisschen und somit habe ich ein schönes Leintuch, wo ich mit der Bettwäsche am Kasten verstauen kann. Wenn Sie mehr über Schlafen und Wohnen erfahren möchten, dann abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal oder besuchen unsere Homepage. Ganz nach dem Motto von Amara, einfach gut beraten.